So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun haben wir es über den Friedhof geschafft, sind über ein Baumhaus gekraxelt, durch Häuser, haben ein paar Klicker getötet und stehen jetzt einer kleinen, wie wir hier sehen, Armada voller sehenden Zombies gegenüber. Die wir vermutlich alle gar auslöschen müssen, da wir da wahrscheinlich nicht vorbeischleichen können. Wie ich doch sehr stark vermute. Wollen wir es mal ausprobieren, vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge schon. Ein sehender. Noch ein sehender. Sieht aus wie ein normaler Mensch, Alter. Der sieht irgendwie so lebendig aus, der da hinten, oder? Da hinten der. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, müssen sie töten. Weeha! Oh, entschuldigen Sie, bitte die Kraftausdrücke. Schnell nachladen. Man weiß nicht, ob noch eine Welle kommt, nicht wahr? Alter! Schlappe! Schlappe! Da, dat. Dat war jetzt mal... Bleibt ja die Spucke weg! Dat war jetzt mal richtig heftig. Vor allem Alter fliegen die auseinander. Aber die Keule, Alter, die ist geil. So was müsste ich öfters finden. Ja, was ist jetzt eigentlich mit den Viehchen oder Rinder noch was rum? Irgendwas. Halli, lauf! Lauf! Juh, das schwank ist hart. Alter, die Stieh, lass mich los. Und dann schieben. Wo mal dein Kind, das ist ja schon. Hier. Oh. Alter, mach sie da. Wuhu! und schönes wir sollten nichts riskieren das hier aus und willst du da oben ist die schule oder was er mehr wo wollt ihr hin? über den Bus müssen wir oder? da oben ist eine Leiter so kleiner auf geht's hoch auf den Schulbus wir wollen doch noch pünktlich in die schule kommen was ist doch schön idyllisch da und schau ein stein flutlichter scheint wahrscheinlich ein verbotter sein also sind wir ziemlich neben der Highschool scheint war das gerade eben alles leere war ein paar leere abgeknallt so muss das doch sein ne troop was auch immer ich will gar nicht mehr wissen was das für eine Gruppe ist wir müssen nur zur Motorhaube kommen hä? hua ja die anderen gehen da hin ja die anderen gehen da hin wo wo kommen sie? und wir machen dass wir hier weg kommen oh Mist sie drücken gegen den Zaun hier drüben ja das wird sich halten ja da wird sich halten tot los ha Leute Leute Da ist nicht immer diese Teenager hier. Wo wollt ihr hin? Uhuhuhu! Alter, was ist denn? Yeah! Yeah! Das war ja mehr wie nur ein Klicker gerade eben. Cool. Erstmal weg hier! Wir müssen rausgehen. Komm mit! Sie kommen rein! Okay. Ja, weg hier! Wir... ...schleichen wir uns hinten ran. Ihr zwei folgt mir. Ich bring' uns hier raus. Na dann los! Ach, 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 ach! Nein! 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 Oh, scheiße! Ich will ja nichts sagen! Boah! Das ist ja richtig widerlich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo geht's schneller? Alter, erstmal ohne Scheiß! Du musst doch den Weg wissen! Du, 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 du! Da kann keiner den Weg, ne? Da vorne ist irgendein geiler Besen! Hallo, Klicker! Komm her! Ich hab's gleich! Komm her! Boah! 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 Na hooo! So muss das sein! Ich krieg mal so Tränen in den Augen, ne? Ja, und schon wieder verletzt! Und schon wieder verletzt! Hm, 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 hm! Können wir irgendwas bauen? Oh ja! Wir können ein Medikit herstellen! Das wird wahrscheinlich ganz hilfreich sein! Weiß das schon! Das Messer können wir noch herstellen! Ist auch ganz gut! Da braucht man eine Klinge, Band und... Ach Gott! Braucht man viel zu viel! Ich brauche unbedingt mal Munition für die Shotgun! Einfach gnadenlos zu wenig Munition! So! Da können wir lang! Den Flur runter! Ähm, nächster Flur runter! Wir gehen da hinten irgendwo! Alter Schlappe! Oh! Schwer es! Ich bin doch einfach wieder TRÜGELT! Pach! G discussions! Gack! Kommen wir! Shotgun Munition! Gack! Gack! Weck! Ah, da. Schulhof-Schlägerei! Juhu! So wird das in High School geregelt. Geil. Geil. Ist der gut oder ein schlechtes Zeichen? Aber eigentlich nicht so gut. Wenn wir uns jetzt hier nämlich eingestellt haben mit etwa 5 bis 2. Alter was ist... was ist das? Wuuuh! Wuuuh! Wo kommt ein Vieh her? Wuuuh! Gut, dass es an dieser Stelle gerade ausgeblendet hat. Wuuuh! 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 Weg hier, weg hier! Vor allem ist das hier ein ganz fieses Tier. Ja, aber dieses Dreckviel sieht mich auch noch. Dreckste Fenster! Nein, nein, gar nicht! Das ist immer das Witzigste, wenn dann so Tipps ganz am Ende kommen. Oh, Shotgun-Munition war da eben. Ohne Schein. Weg hier! Das ist ja... Ahaha! Bald wieder... Gaspi! Ja, ich glaube die Schule dauert etwas länger. Ja genau, wir fährt jetzt schon damit rum. So. So. Uhu! 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 Baa! Der Rektor klingt nicht so schmarrt auf das Ding. Uhu! Uhu! Weg hier! Uhu! Also das ist ja... Uhu! Ahu! 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 Unbedingt heilen. Umso heilen. Scheiße. Lasst mich mal durch, Jungs. Ist das Vier hoffentlich tot? Was war das für ein großer Typ? Der ist schon sehr lang infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte. Jo, wäre ich auch dafür. Laden wir die Shotgun nach. Oh, Medikit. Erstmal alles einsammeln hier, weil ich weiß nicht, ob da nochmal so ein hässliches Drecksvieh kommt. Oh mein Gott. So, ich mische jetzt hier mit den Schwaden oder was? Kann mich schon mal jemand hochziehen? Okay, geschafft. Dann los. Komm hoch hier. Bin schon unterwegs. Bin schon unterwegs. So, gehen wir hier mal raus. Allerdings tun wir das erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.